...Spielzeit ausgleichen. Der Tabellenletzte Stuttgart verlor 0 zu 3 bei Union Berlin. Trainer Labbadier steht nach in Formelkampen vor dem Haus. Schalke unter Leberkusen 0 zu 1. Einmal zu 0 zu 3 verlor Leipzig gegen 1. Halbock und Hertha drehen sich 1 zu 1. Das Atemspiel in der zweiten Liga zwischen Kassistur und Kassistur. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Deutschland. Es ist verbreitet bewölkt mit Regen im Morgen, ist aufgelockert und trocken. Plus 8 bis Minus 1 Grad. Am Tage im Norden verbreitet Tropfen. Dienest links abbiegen. Wiege nach links ab. Das Wetter in Richtung. Der Verkehrsservice wäre an AD-Infonaranz. Zuerst mit einer Unwetteraner-Warm. Links halten und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. Oberhalb von 1000 Metern mit orkanartigen Böen. Und noch eine Unwetterwarnung. Für den Großteil des Bergischen Landes, des Sauerlandes und einzelne Teile Westfalens wird heute ergiebiger Dauerregen erwartet. In der Folge kann es zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen kommen. Und jetzt der Blick auf die Straßen. Die A5, Basel Richtung Karlsruhe, ist zwischen Bühl und Baden-Baden wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A8, Luxemburg Richtung Saarlouis, ist zwischen Perl-Borg und Rastplatz-Weiler wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A57, Köln Richtung Krefeld, ist zwischen Kreuz-Meerbusch und Krefeld-Oppum wegen Bauarbeiten bis Montagborg um 5 Uhr gesperrt. Und die B305, Reit im Winkel Berchtesgaden, ist zwischen Reit im Winkel und Ruhpolding wegen einer Kultenwanderung bis ca. 6 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. Die ARD-Infonacht Vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Alex Grantl, schön, dass Sie dabei sind. Das, was aktuell in den USA passiert, ist historisch. Zum ersten Mal in der USA sagt eine Staatsanwaltschaft einem ehemaligen US-Präsidenten an. Es geht natürlich um Donald Trump. Und er ist nicht nur Ex-Präsident, sondern will ja auch wieder kandidieren. Bei der Anklage geht es um einen Vorwurf aus dem Wahlkampf 2016. Da soll Trump angeblich Schweigegeld an einem Pornostar gezahlt haben. Am Dienstag wird Trump in New York vor Gericht erwartet. Und das ist nicht sein erster Kontakt mit der Justiz. Unsere Korrespondentin Kathrin Brandt blickt auf Trumps Skandale zurück. Donald Trump hat das Geheimnis seines Erfolges einmal so zusammengefasst. Ich könnte in der Mitte der 5. Avenue stehen und jemanden schießen und ich würde keine Voters verlieren. Das ist unglaublich. Er könnte mitten auf der 5. Avenue stehen und jemanden erschießen und er würde keine Wähler verlieren. Unglaublich, sagte er im Vorwahlkampf 2016. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Dass aber seine allertreuesten Anhänger sich niemals abwenden werden, ist klar. Viele andere hat er im Laufe der Jahre vor den Kopf gestoßen, aber nicht vergraubt. Bitte rechtshallen. Das war's für Trump. Nein, das war es nicht. Somebody said, do you think you was born in this country? I said, I can't be a hundred. Ich bin sicher, dass Barack Obama tatsächlich in den USA...